Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fall Guys. Bewertet gerne das Video und sonst viel Spaß. Ja genau, jetzt wo der Timer abgelaufen ist, geht's los. Hey, das fängt ja schon so gut an. Das macht Spaß, das macht Spaß. Erstmal wieder reinkommen hier. Ja. Nach der Runde Musik, glaube ich, mal ein bisschen lauter stellen. Ich bin ganz schön leise, wenn man das so am Ausschlagpegel sieht. Hallo. Macht Platz, ich bin der Weihnachtsmann. Ah, ich hab's geschafft. Nice. Aber ich bin auf sie drauf gefallen. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein. Si, Senorita. Nein, 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 nein. Oh, ihr inkompetentes Volk. Nein. Ja, ja, so ist das mit die Wippen, ne? Kerzen an die Macht. Nix da, nur Platz für Weihnachtsmänner. Fuck, 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 fuck. Oh. Hallo, Kata. Hallo. Nein, das nicht. Oh nein, ach Mann. Hä, wieso ist da gut? Ach so, ihr zeigt auch oben an, wer ins Ziel gekommen ist, oder was? Ich weiß es nicht, hab ich gerade nicht gehört. Oder den qualifiziert Fenster. Doch, da zeigt er an, wer ins Ziel gekommen ist. Ach da. Ja, ja, ich gar nicht, weil die hier schon wieder, ne, und so. Yvla, im Kompetent. Da ist ein Triceratops. Und der Weihnachtsfall ist im Ziel. Jetzt haben die Master Roller. Nein, komm, voll nicht der Roller, bitte. Weil du vielleicht weitergelaufen bist, du hättest vielleicht stehen bleiben sollen. Ne, ich bin nicht weitergelaufen. Bei mir bist du einfach über die Karte rübergelaufen. Eigentlich nicht. Oh, jetzt hältst du. Oh. Immer in die Mitte springen von der Wippe. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Ach, das geht. Strenn dich mal ein bisschen an, du. Oh, da ist ein Tanuki. Nicht hinlegen. Schlafen kannst du, wenn der Stream vorbei ist. Nein, 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 nein. Ja, du darfst die nächste Runde oder mich spielen. Ah, warten. Acht Plätze sind doch noch. Ja, ich habe hier aber auch noch 30.000 Wippen vor mir. Stimmt. Du bist ja noch nicht mal am Verletzten. Nein. Du Noob. Ja, ich glaube, das wird nichts mit dir. Nö, da vorne rennt schon der Letzte. Ach, Püppä. Ja, tschüss, ne? Bring dich mal ein bisschen an, du. Ich kann auch nichts dafür. Oh, da ist ein Koala gewesen. Ich habe den von vorne nicht gesehen, deswegen wusste ich nicht, was das genau sein soll. Koala. Der hat jetzt aber runtergefallen. Ja. Oh Gott, da ist eine Ente. Oh, da ist ja noch ein Koala. Und noch ein anderer Weihnachtsmann. Und ganz viele Kerzen. Und ganz viele Kerzen. Aber Kerzen sind... Äh. Denn jede Kerze hat, ist doch langweilig. Nö. Ja, deswegen sag ich es ja. Oder klein und dick. Ne, klein und dünn. Oh, da ist ein Zauberer. Oh, ach ja, hier sch- Oh, fuck. Oh, fuck. Ja. Genau das. Gott, hier sind wir zu viele Leute. Aua. Oh, da ist ein super Held. Ich stelle dich da, ne? Jetzt wieder. Aber die Wand doch vor. Ja, du verkackt. Nö. Bin weiter, Alter. Alles keine Gegner für mich, weißt du? Ja, dann müsstest du ja jetzt rein. Da guck mal, eine von den weißen Enten ist weg. War da so eine grüne Ente und noch eine weiße? Ja, ja. So, was kommt jetzt? Zeig, 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 zeig. Och, ne. Och, nö. Ich möchte das nicht. So ein Pferd? Okay. Ich würde mal sagen, tschüss. So. Ja, tschüss, ne? Zieh dich runter. Nein, das ist der Vollguy. Fettguy. Nee, Vollguy. Fettguy. Geh weg, du kackt, Taube. Das ist meine. Na, für den hat er so hart gearbeitet. Ja. Oh, Mann. Blöde Taube. Ach, leckt doch die Ziege, Alter. Nein. Ja, hast du das gesehen, wie er da durchgeflutscht ist? War der Nonplusultra Kado Deluxe. Komm, Hefte hast du. Heißt, da hat er Kado Deluxe nicht gereicht. Hä? Oh, Kado. Oh. Komm, Bude. Da, hinter dir. Tag. Einmal. Oh, wie mies. Gemeinheit. Aber ich habe noch die Chance. Aua. Los. Zack. Nice. Oh, nee. Eier, Clown. Ran an die Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ja. Kado ist der Eiermann. Ho, ho, ho. Dingelingeling, dingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Und ihr goldenes. Miep, miep. Lass mich ruhig mit der Weihnachtsmann. Kommt dran, meine Kinder. Bringt mir meine Eier. Das klang fast. Der größte Weihnachtsmann, nicht der Osterhase. Egal. Bin Stellvertreter diesmal. Ist ja. Alter, die stehen sich alle gegenseitig im Weg. Komm her, Wolfi. Guter Junge. Oh, da ist das goldene Ei. Was wollt ihr denn hier? Hallo? Nicht das goldene Ei. Du lässt das los. Ja, jetzt habt ihr verkackt. Wieso? Da war wieder der Kado Deluxe. Hast du gesehen? Da ist die Ente. Die Ente hat das goldene Ei. Du kriegst kein goldenes Ei, du Kerze. Hey, komm zurück. Hallo. Danke. Wo willst du damit hin? Ist nicht. Fällt aus wegen Bohnennebel, Freundchen. Hier sind die Weihnachtsmänner. Leg dich nicht mit die Weihnachtsmänner an. Ja, das habt ihr gewonnen. Easy gewuppt, Alter. Aber schade, Team Blau ist nicht rausgeflogen. Da war die Ente. Da waren es nur noch zwölf. Tja, zehn. Ach ja, zehn. Aber der hat ihm zwölf angezeigt. Voll in der Ahnung. Hm. Ach, ne. Aber ich hab's bei der ersten Runde gleich wieder bis ins Finale geschafft. Aber du kriegst die Krone nicht. Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, ich stand auch wieder hinter der Ente, ne. Attacke. Ich meine, ho, ho, ho. Lass mich durch, Kinder. Sonst gibt's dieses Jahr keine Geschenke. Aua. Aua. Hast du das gesehen? Der Ball schummelt. Der ist parteiisch. Ja, schubst mich halt in die... Aua. Aua. Ja, der Wolf gewinnt. Dann will ich es nicht, die Ente. Hä? Oh, keine Wippen? Ach, wie schade. Aber man hat vorhin gemerkt, dass die Leute alle Feierabend gehabt haben. Ja. So voll wie das beim Joy-Find war. So, jetzt schaffst du's aber, ne? Nee. Nee. Was hat der eine denn da für eine Eins hinten drauf auf seinem Rücken? Miep, miep. War da schon wieder ein Tanuki. Man hat echt schon lange nicht mehr gespielt. Warum legt sich hier ein anderer Weihnachtsmann vor mich hin? Oh, oh, oh. Ich werde hier umher geschleudert. Ah. Ich habe gerade einen Supersprung gemacht. Aber leider nur hoch und nicht weit. Ah, wie grebe ich nochmal? Mit RT. Ja, ich spiele mit Maus und Tastatur. Echt? Ja. Ich habe so einen Controller geschenkt bekommen. Ja. Jetzt sind wir mit Maus und Tastatur voll geil. Das könnte ich gar nicht, glaube ich. Aua. Oh, ich bin hier voll am Failen. Aua. Hey, jetzt leg ich mich hier einfach so hin. Nein. Ich habe gerade nur dein Pfeil runterfallen sehen. Bei mir spackt es zwischendurch. Blöder rechne. Ja, ich glaube auch. Oh, leg dich doch nicht immer hin, Mann. Nein, nein, nein. Ah. Akuba ist doch nicht weit. Sprung. Oh Mann, du blöde Tau. Das ist eine Eule. Oder Eule. Oder Lachs. Das ist die Eule in Ruhe. Warum sprichst du denn, wenn das Ding angeschwungen kommt? Ich bin doch gar nicht gesprungen. Dann habe ich rüber gesprungen. Das war ein Satz mit X. Oh Mann, ich habe mir das nicht geschafft. Oh Gott. Ich meine, die Map macht Spaß. Das wird wieder pures Chaos. Der Ritter Parcours. Ich nehme mir mein Getränk und gucke dir zu. Ja, okay. Jetzt mal auch mehr damit. Einfach nur gierig. So wird ein Schuh draus. Oh, da ist der Samurai. Der ist ja cool. Dieses Eierscheinkostüm ist auch cool. Weil wie er da easy durchrennt. Greta, du kannst mich nicht so erschrecken. Kannst du doch, hast du doch gerade bewiesen. Ja, das war wieder der Kado Deluxe. Habt euch den Schlamm. Schleim. Schlamm. Schlamm, Schleim. Das schaffst du nicht. Nö. Ja, legt euch halt in den Weg, Mann. Musst du mal warten, bis er... Ja, hätte ich auch geschafft, wenn sich da nicht ein paar... Oh, das ist... Lauf, Kado. Lauf, als würdest du dafür bezahlt werden. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Da war schon wieder einer im Weg. Ach, da ist der Typ mit der 1 drauf. Ja. Lauf, Kado. Gib ihn. Boah, ganz knapp. Ach, easy. Das war Spannung und so. Oh Gott. Klein-Krackler. Mhm. Greta, was los? Hä? Volle? Deine Knuppi. Mhm. Greta, was hast du dir schon wieder im Schwanz hängen? Ey, bleib doch hier. Ne, du nimmst dir das weg. Oh, da ist ein verrückter Professor-Kostüm. Wo denn? Oh, ihr... Was hat dann da da? Na gut aus, ne? Ja. Ah ja, wenn du da runterfällst, dann bist du raus. Ja. Wie viele hier auch schon rausgefallen sind, ne? Greta, das Kitzeltorff. Echt? Oh, ja, 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 ja. Oh, ah, oh, ah, nein! Nein! Ja, tschüss, ne? Lauf jetzt einfach hier an der Seite lang. Ja, richtiges Mastermind. Oh, Gott, ist das schnell. Kado! Leben am Limit! Oh, ne, da ist ne Ente. Schnell weg! Kann jetzt Sprungprobe kommen? Oder Sprungclub, wie auch immer das Finale heißt? Oh, Gott, Rollbahn als Finale. Das könnte ich noch nicht. Das wird richtig schnell. Je länger es dauert. So geht's! Ach so. Äh, Ricardo? Ja, ich warte. Ich dachte, da kommt gleich mal irgendwann was. Sich festhalten, Ente. Ja, ich rede mit dir. Dir trau ich nicht. Oh, Mann, ich konnte nicht zu Ende klatschen. Ich nix. Boah. Hör auf mit Schubsen. Kado, Schubsen ist unfair. ich habe das gefühl der spielraum wird auch immer kleiner ja ja der schleim steigt an das kann Nein! Scheiße! Alter!